Willkommen zurück zu Inside Entzucht Krankes Game Ich geh einfach noch mal zurück Was haben wir da irgendwas übersehen? Was das zu bedeuten hat Komisch Dann gehen wir einfach mal hier lang Oh, was haben wir hier? Tür Oh, komm, hoch mit dir Hallo Ah, ja, na klar Weil wir die Tür dazu Äh, ja, genau Aber was hier geil ist Das Wasser ist oben Und wir sind unten Auch nicht schlecht, ey Hat man natürlich auch nicht alle Tage Hm Was müssen wir denn hier machen, ey? Oh Mann, ey Das hier Das hier Hm, hat ja richtig viel gebracht Warte mal noch mal zurück, ey Hm Schick ich nicht Aber was müssen wir hier machen? Noch mal zurück So, das war ja um Aber was hat sich das hier auf sich, ey Ach, du Scheiße, ey Na, das wird lustig, ey Na, das wird lustig, ey Da drauf weg nie gekommen, ey Ja, das wird lustig Na klar So, das fliegt jetzt so nach vorne um Und dann die Hütte zu machen Haha, ja, na klar Und dann die Hütte zu machen Und dann die Hütte zu machen Nicht schlecht, ey Nicht schlecht, ey Gar nicht mal so dumm, ey Gar nicht mal so dumm, ey Wir müssen Ja, genau Wir müssen hoch wahrscheinlich Ist ja geil Nicht schlecht, ey Nicht schlecht, das Wasser Aber die ganze Zeit oben, ey Nicht schlecht, das Wasser So, ich denke, was jetzt werden wir Brauchen? Wo ist denn nicht hin, ey Autsch 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 So, gucken wir nochmal an die andere Seite Autsch 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 Echt, ihr wisst, dass das Spiel so geil ist, hätte ich schon natürlich Feuer geholt, ey Alter, hier ist gar kein Ton im Spiel, ha, geil Alter, hier ist zu viel Schwimmen Ist ja geil Aber da ist zu wärmeguter Äh Alter, ist ja krank, Alter Äh, ist da immer noch zu? Äh Sollt auch schon lange offen sein, ne? Hä? Reinschwimmen oder reinlaufen? Oh Mann Oh Mann Äh Oh Mann, ey Soll ich denn da hinkommen, ey? Soll ich denn da hinkommen, ey? Soll ich denn da hinkommen, ey? Oh Mann Oh Mann, ey Nee, ist da halt nicht mehr normal hier. Aber dann fehlt doch wahrscheinlich irgendwas. Ich hab's ja gewusst, er ist wie bei Unwäbel. Ich hab's ja gewusst, er ist wie bei Unwäbel. Er füllt immer irgendwas. Boah, was war das denn jetzt? Äh, wie haben die... Äh! Wie kann der mich sehen, ey? Äh! Oh, ne, ey. Äh! Ey, wie verstehe ich denn das jetzt, ey? Ja, komm, mach deine Arbeit mal ein bisschen schneller hier. Oh, Mann, ey. So. Jetzt kann ich die Scheiße entweder hinschieben. Äh! Oh, wo stell ich hin? Äh! Boah, ey. Ich probier einfach mal so, ey. Ich hab keine Ahnung, ey. So. Ja. Aber dann kommt er ja immer noch nicht hoch, weil's so hoch ist, ey. Oh, Gott, ey. Uh... Ich weiß nicht mehr, ob das richtig ist, ey. oder muss es da in der Mitte eh, oh ich hab keine Ahnung eh warte mal so 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 now it gets so so oh so 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 so